Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Pokémon Spasti, das Finale. Die letzte Folge freue ich mich schon mega drauf und ja und weiter geht's auch mit dem großen Schwitzen. Könnte ich eigentlich auch Videos zu machen, nämlich einfach nur Sitze und Spitze, aber das seht ihr ja hier auch, also deshalb brauche ich ja nicht ein extra Video machen und ja, bin gespannt wie das große Finale endet. Ich hoffe ihr auch. Sonst gibt's Ärger. Jetzt komme ich zu euch nach Hause. Keine Angst Sterbliche, bald werdet ihr eins mit Pidiza, womit ich eigentlich sagen will, dass ihr sterben werdet. Oh scheiße, ich piss mich, ich piss mich komplett ein. Auf keinen Fall man, nicht so, nicht so. Oh Jesus, Quistus, hat Steve medizidiert? Oh das kann gar nicht mehr schlimmer werden. Das ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Das ist immer so ein Spruch, ne, wenn man sagt, es kann nicht schlimmer werden, es kann immer noch eine Schippe draufgelegt werden, ne. Also ich war auch schon öfters in der Situation, in der Lebenssituation, wo ich mir so gedacht hab, ach, schlimmer kann's ja gar nicht mehr werden, ne. Und dann ist es doch noch schlimmer geworden, ne. Also, ne, man sollte aufpassen, ne, mit den Sprüchen. Man sollte echt aufpassen. Spasti, sag mal einer Frau von mir, ich quampe sie. Spasti, wir haben ne Menge zusammen erlebt. Du bist vielleicht nicht perfekt dafür, aber auch gerade meine letzte Hoffnung. Okay Professor, ich tu mein Bestes. Spasti, ich brauche dich, um diesen riesen Joint anzufeuern, damit ich von dem Mördergras langsam dahin gehe. Ich nenne ihn den Todes-Gibbild. Span ihn an und schicke mich auf einer sanften Wolke aus erstklassigem, hochintensiven Premium-Megagras ins Grab. Es ist mein letzter Wille. Wow, vergiss es. Das ist cool. Professor, nein! Komm, Vater. Boah, geil, da würde ich auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich würde auch gerne da jetzt sein in dem Moment und würde mich gerne zum Delfin oder sowas verwandeln wollen, weil Wasser, ne? Also viel schöner, ne? Oder zum Vogel. Ich habe ja schon einen Vogel im Kopf, deshalb ist es gar nicht so schlecht, wenn ich mich zum Vogel verwandle. Da ist, glaube ich, die Verwandlung sehr einfach bei mir, ne? Werde endlich eins mit Bidica. Oh Gott, was passiert mit mir? Ich fühle mich schlecht, als wäre das mein Fehler? Das erste Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht als... der Beste. Oh, mein Gott. Kann es sein? Spasti? Empfindet? Empathie? Ich weiß, was ich zu tun habe. Endlich. Ah, das hast du doch bereits versucht. Weißt du was? Ich mache mir einen Gürtel aus deinem Gesicht. Ring-a-ding-a-ding-dong! Sorry, Ihre Höhle hat keine Türklingel, geschweige denn eine Tür. Deshalb bin ich einfach reingekommen. Wie auch immer, ich habe hier eine Spezialbestellung für die Bidica-Widerstands... Cuemfa? Oh shit, das ist die Partyplatte, die wir bestellt haben. Um ehrlich zu sein, dachten wir, der Tag würde etwas anders laufen. Oh hey, mein Zukunfts-Ich. Haben wir bereits mein Schicksal erfüllt? Urgh, nein. Geheim-Sandwich, Spasti. Du nervst. Warte. Dein Rucksack riecht... köstlich. Oh, danke, ja. Das ist dein Spasti-Spezial. Mein eigenes Rezept. Her damit. Ich akzeptiere Bar, Kreditkrabbi und Paypal-Kia. Das... Das ist das Beste, was ich je probiert habe. So einfach. So elegant. Danke, guter Spasti. Du hast mir gezeigt, dass es immer einen Funken Hoffnung gibt. Selbst in dem schlimmsten Menschen. Verdammt! Er hat dich den schlimmsten Menschen genannt. Geowned! Komm, guter Spasti. Wir werden zu den Sternen reisen und nach der Hoffnung suchen, die du mir gezeigt hast. Ah, klingt nett. Und das sexy Baby nehme ich mit. Was? Nein, komm schon! Ah, warte mal eine verdummiselte Sekunde. Ich will auch auf Weltraumabenteuer gehen. Keine Sorge, Spasti. Ich habe eine angemessene Belohnung für deine Talente. Yeah, der Spast hat's geschafft. Wäre das ein T-Shirt-Spruch, würde ich es auf jeden Fall unter meiner Jacke tragen. Bereit, mein kleiner Sandwich-Prinz? Bin ich immer! So lass uns abreißen. Mein kleiner Sandwich-Prinz. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit mache ich meine BD-Taten rückgängig. Die Welt wird sein zuvor. Peter! Alle Zeichen der BD-Taten. Das, ne, also wenn jemand zu mir in dem Moment mein kleiner Sandwich-Prinz sagen würde, ne, da wär's bei mir vorbei. Da wär's bei mir vorbei, ne, dann würde ich den bekämpfen. Mit allen Mitteln, ne. Da würde ich ganz viele Sandwiche machen. Ich würde gerade sagen basteln, aber man bastelt ja keine Sandwiche. Und würde die gegen seinen Kopf werfen, bis der halt eine Gehirn-Einschütterung bekommt, ne. Weil das, also mein kleiner Sandwich-Prinz, das ist schon, huuuh, da hört der Spaß wirklich, also das ist, ne, da hört der Spaß auf, ne. Die Zidierung sind verschwunden und Kanto ist wieder mal gerettet. Außerdem ein lokaler Feinkostladen serviert das, was die Kunden wollen. Ein perfektes Sandwich. Bleiben Sie dran, für mehr. Bitteschön, der Herr, einsperst die Spezial. Danke, Kitty. Du hast wirklich deine Bestimmung gefunden. So, wo ist denn mein Portemonnaie? Das ist meine Chance, ich werde der größte Pokémon-Meister der Welt. Ich hasse es, auf einem kleinen Raum eingesperrt zu sein und Bestellungen entgegenzunehmen. Was habe ich denn getan, dass ich sowas verdiene? Geil. Sieh doch, Spasti. Die Galaxie ist voller Wunder. Spasti für immer! Sehr, 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 sehr geil gemacht, ne. Ja, da wurde die Welt mal wieder gerettet. Finde ich ein sehr, 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 sehr schönes Ende. Obwohl, man muss trotzdem darüber reden, mein kleiner Sandwich-Prinz, ne. Gut. Da hätte ich nochmal eine Folge draufgepackt und hätte die Welt erobert. Aber das wäre halt mein Ende, ne. So. Muss ja nicht bei jedem so das Ende sein. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und damit haben wir diese wunderschöne Reihe zu Ende gemerkt. Und guckt unbedingt das Original an. Guckt unbedingt bei Freakso vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.